Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge, oh, zu einer neuen Folge QuickBadWars, heute mal QuickBadWars auf Gomme, ja ist jetzt rausgekommen, ähm, was mache ich jetzt hier, ähm, nein, Spaß, heute mal eine Runde QuickBadWars, ich hoffe die geht jetzt nicht so lang, weil ich will jetzt nicht so lang das Video heute machen, deswegen dachte ich nur QuickBadWars, aber ist es ja eh gerade rausgekommen, also, ich bin knapp in einer Runde QuickBadWars, eine Runde reingegangen, geht gerade noch, also ich hoffe, da gibt es einen kleinen Bug, Leute, da gibt es, da kann man diese, ähm, Item Package kaufen, ganz oft platzieren, hat CraftingPad übrigens gezeigt, also, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ihr könnt ja bei Ihnen auch gucken, das Video auch angucken, wenn ihr es wissen wollt, zu diesem Bug, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, kann sein, dass es den nicht mal gibt, aber den gab es halt, ähm, ja, endlich mal QuickBadWars, das ist endlich mal rausgekommen, ich wollte das auch mal aufnehmen, weil das ja gerade erst erschienen ist, vor kürzerer Zeit, also vor ein paar Tagen ist das rausgekommen, deswegen spiele ich das einfach direkt mal, ein bisschen Fleisch braucht man, das brauche ich, das brauche ich, Schwert, naja, Schwert, ich baue einfach mal ein bisschen rüber, ich kann jetzt nicht Fast Bridge, da ist ja nicht aufregend, ich kann es halt nicht, aber, ich bin ja eh schon schnell, da kann man so leicht runterfallen, das will ich einfach nicht, das will ich erst gar nicht versuchen, weil, dann, da falle ich immer runter und das, nee, das mag ich einfach nicht, ich bin Team Grün, glaube ich, ja, gleich bin ich Mitte, in der Mitte ist, glaube ich, keiner, hier ist echt kein Mensch, oh, da ist irgendeiner, boah, da wird gleich schon kämpfen, einer, das regt mich einfach auf, ja, danke, dass er mich, dass er den getötet hat, ich habe 9 Gold, da kommt ein blauer, schnell abhauen, ähm, ich habe 9 Gold, Texture Pack ist übrigens Chroma Hills, ähm, ja, Chroma, ich weiß, ist jetzt nicht das beste Texture Pack, aber, man kann damit leben, ist ein krasses 128x128, hat das, seht ihr vielleicht da oben, ne, sieht man leider nicht, aber, wow, High Speed, ja, dein Team hat 10 Sekunden Zeitbonus, ja, gibt's so, äh, Zeitbonus gibt's da, achso, mit dem kann man Zeitbonus machen, oder was, ja, achso, rechtsweg auf das Bett machen, ich habe sehr viele Uhren, kann man das machen, so, jetzt ist, jetzt haben wir mehr Zeit, nein, haben wir nicht, oder, egal, ich habe, ich habe es aber gemacht, so, ich weiß auch nicht wieso, haben noch immer 2 Minuten Zeit, ist jetzt etwas wenig, aber naja, gehört die Hose jemandem, ich nehme sie einfach, oder, warte mal, so, so, so ist gerade jemand reingekommen, deswegen, habe ich jetzt ganz kurz nicht gesagt, nichts gesagt, ähm, Leute, wir haben noch 3 Minuten, achso, nee, das ist, oh, Team Rote ist schon raus, alle auf die Roten, da kommt schon der erste Rote, na komm, trau dich, trau dich was, der traut sich was, ey, ah, tot, egal, first death, ja, ok, macht nichts, ich habe eh genug jetzt Eisen wieder, ich habe das Gold, leider nicht mehr, aber macht nichts, so, erstmal Schwert machen, so, das Beste machen wir einfach mal, oder das Zweitbeste ist das eigentlich, so, Schwert haben wir, was soll das sein überhaupt da, ich weiß nicht, das Bett von Team Blau ist auch weg, Alter, jetzt nehmen wir mal die Gelben, eigentlich wollte ich zuerst in Team Gelb gehen, aber, habe ich dann doch nicht gemacht, wir haben noch eine Minute Zeit, die anderen Gelben haben, die Gelben sind aber richtig stark eigentlich, hier ist Zeitbonus wieder, äh, warte mal, Spitzhacke weg, brauche ich auch noch, dann, was brauche ich jetzt noch, warte, ich will immer mal sowas kaufen, ich will mal wissen, ob es diesen Bug noch gibt, equip, ach so geil, man kriegt einfach so, equip, also man kriegt so ganz schnell, Sachen, mit diesen, mit diesen, mit diesen, hat sich da einer reingebaut, ach so, ist ja nur ein grüner, ich habe gerade gedacht, sind die, sind die Gelben schon da, ein roter lebt noch, die blauen, haben das Bett auch nicht mehr, fuck, ey Leute, was, was ist das für ein Scheiß, ey, die bauen einfach die, oh man, sowas hasse ich einfach, aber naja, habe ich ja gleich wieder, so, jetzt habe ich wieder, hoppala, ein Gelber ist da, ah, gerackt, gerackt vor allem, habe ich aber extra gesagt, ich sag das einfach mal, ich hoffe euch stört das jetzt nicht, krass, unser Bett ist auch schon weg, scheiße, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich raus, aber das Video geht eh gerade, genau mit der Zeit, also sieben Minuten, ich wollte es eigentlich acht Minuten ungefähr machen, aber von der Zeit her ist es ja eigentlich ganz gut, das Video, weil ich will jetzt nicht so lange hochladen heute noch, weil ich von meinem Bruder noch was hochladen muss, ähm, dann haben wir, warte, was brauche ich denn noch, ich habe eigentlich eh schon alles, die anderen Sachen, warte, was ist das hier, das brauche ich nicht alles, so, ich will jetzt hier wieder, oder man kann richtig schnell rennen damit, das ist richtig nice, oh, die gelben, Mann, scheiß gelbe Mann, oh Mann, egal macht nichts, ein Achievement habe ich ja noch bekommen, Gott sei Dank, weil ich will auch, ich will auch mal wissen, wie viele Achievements es überhaupt gibt, aber naja, wir werden es in der nächsten Folge vielleicht, äh, es wird auf jeden Fall noch mehr, Quick Bad Wars geben, ja, einfach hier auf die Uhr klicken und dann habt ihr Quick Bad Wars, ja, eigentlich wollte ich Quick Survive Games machen, aber ich habe mir so gedacht, nein, Quick Bad Wars ist jetzt raus, dann werde ich das aufnehmen lieber mal, Gibt es überhaupt noch Rage Mode, gibt es das überhaupt noch, ja, gibt es noch, gibt es aber richtig viele Spielmodi, also das Ender Games werde ich auch bald wieder aufnehmen, also Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, tschüss. Tschüss.